Die Gasspeicher in Deutschland sind zu über 90 Prozent gefüllt, versichert die Bundesregierung und bekräftigt immer wieder, dass sie weg will von russischen Gas- und Ölimporten. Wer das sagt, muss aber auch Alternativen finden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sie in den Golfstaaten gesucht mit einem persönlichen Besuch. Zwei Tage hat der Kanzler am Golf neue Energiequellen für Deutschland gesucht, um sich unabhängig von russischem Gas zu machen. Mitgebracht hat er zunächst einmal Corona. Für Scholz hat die Reise nach Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar die Grundbasis dafür gelegt, dass sich solche Abhängigkeiten nicht wiederholen. Wir haben sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, die dazu beigetragen haben, dass Deutschlands Versorgungssicherheit in einem Maße gesichert ist, wie man das vor Monaten noch nicht hat erwarten können. Wir können jetzt, wo der Herbst gerade begonnen hat, sagen, wir kommen wohl durch diesen Winter. Der Ersatz für das russische Gas ist in jedem Fall teuer. Ein Plan für die Finanzierung kam aus dem grün geführten Wirtschaftsministerium, die Gasumlage. Um die höheren Beschaffungskosten auszugleichen und den Gasimporteuren unter die Arme zu greifen, sollten Bürgerinnen und Bürger wie auch die Unternehmen ab 1. Oktober eine sogenannte Gasumlage zahlen. Und das zusätzlich zu den ohnehin höheren Gaspreisen. Das Projekt war von Anfang an umstritten, auch unter den Ampelpartnern. Und wankte noch mehr mit der Verstaatlichung von Deutschlands größtem Gasimporteur, Unipar. Nun wird die Gasumlage offenbar gekippt. Die Ampel sucht nach alternativen Finanzierungen. Der Finanzminister und FDP-Chef setzt auf eine Gaspreisbremse bei gleichzeitiger Schuldenbremse. Das Ziel heißt Schuldenbremse für den Bundeshaushalt und eine Gaspreisbremse. Es darf nicht in anderen Worten zu einem allgemeinen Dammbruch kommen. Mit Hochdruck werde jetzt an einer guten Gesamtlösung gearbeitet, heißt es. Ich möchte mit dem Energieökonom Andreas Löschel von der Uni Bochum sprechen. Hallo. Also aus der Gasumlage wird wohl doch nichts. Ist es schade darum? Ja, wir haben ja das Problem gehört. Die Kosten, die sind massiv. Die werden auch in den nächsten Monaten erst tatsächlich noch sichtbar werden. Und die Gasumlage hätte eines getan. Sie hätte nämlich einen Teil dieser Kosten tatsächlich in den Blick auch der Verbraucher gebracht. Deswegen gibt es tatsächlich etwas Wehmut, dass die nicht kommt. Auf der anderen Seite war sie eben sehr schwierig konstruiert und deswegen ist sie auch letztendlich zu Fall gekommen. Ja, wir haben jetzt eine andere Lösung, nämlich die Verstaatlichung. Aber wir brauchen dieses Signal. Gas ist eigentlich viel teurer, als es die Haushalte augenblicklich sehen. Sie schlagern ja vor, auch dass die Bürger noch mehr entlastet werden müssen. 100 Euro pro Kropf und Monat. Und zum Teil sogar noch mehr. Warum? Ja, wir sehen, dass diese Rolle der Preise eine ganz wichtige ist. Das bedeutet, man muss aushalten, dass Preise in der Zukunft ansteigen werden und jetzt auch rasch ansteigen müssen, um entsprechende Signale zu setzen. Aber bei diesen hohen Preisen werden viele die Rechnungen nicht begleichen können. Und deswegen muss man noch umfassender entlasten und insbesondere eben Haushalte, mittlere Einkommen, Niedrigeinkommen unter die Arme greifen, damit sie nicht im Kalten sitzen. Also man braucht beides. Man braucht die höheren Preise, aber man braucht auch die Unterstützungen. Die müssen eben breiter sein, als sie heute angelegt sind. Und braucht Deutschland auch eine Gaspreisbremse? Andere europäische Staaten haben die ja. Ja, das kommt ein bisschen darauf an, was man unter Gaspreisbremse versteht. Ich habe ja gesagt, man braucht sicher eine Entlastung. Man muss aber ganz vorsichtig sein, dass man sozusagen die Anreize durch die Form der Entlastung nicht wegnimmt. Also andere Staaten, zum Beispiel Spanien, die haben tatsächlich die Preise gekappt. Aber das bedeutet, dass einfach die Nachfrage weiter hoch ist und wir in der Situation sind, wo zum Beispiel in Spanien die Stromerzeugung aus Gas angestiegen ist. Das ist natürlich genau die falsche Richtung, in die es nicht gehen sollte. Deswegen, wenn man Entlastungen macht, dann möglichst pauschale Entlastungen, aber eben auch Preise, die eben Knappheiten, die augenblicklich bestehen und die nächsten zwei bis drei Jahre bestehen, erhalten bleiben. Ich danke, Andreas Löschl, für Ihre Einschätzung. Und Bild- und Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.